Guten Morgen ihr Lieben. So, gerade eben klingelt es bei mir Sturm. Ich muss jetzt gerade mal schnell was holen. Nämlich das hier. Weil ich gerade eben dieses Paket hier bekommen habe. Und ich weiß genau was da drin ist. Ich drehe mal die Kamera rum. Wir werden das jetzt gemeinsam mal aufmachen. Moment. So. Gucken, dass ich mir nicht die Pfoten kaputt schneide. Die Wunde am Bein reicht nämlich schön aus würde ich sagen. Ja, Zuckermessgerät danke. Hier oben noch mal kurz reinschneiden. Und da ist es. Mit dem Autogramm von Byron Ferguson. Total der Hammer. Ja, mein lieber Henry, ich möchte mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Damit hast du mir einen wahnsinns Gefallen getan. Krasse Sache. Also, wie gesagt, herzlichen, herzlichen Dank. Wir werden uns irgendwann sehen. Und da kommt da oben drauf noch eine Unterschrift von dir. Okay? Alles genau. Also, nochmal herzlichen Dank. Und da kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.